was geht ab und heute im guide zum battlefield release auf dokan global beziehungsweise wie jetzt auf globalize virtual dokan ultimate clash um eins klarzustellen wenn ich battlefield sage meine ich diesen modus eben freunde also battlefield ist gleich dokan ultimate clash wenn wir uns darauf einigen wegen den begriffen dankeschön all right dann gucken wir uns erstmal alle informationen und details dazu an damit ihr gewappnet seid für das battlefield und so ist es quasi ein neuer modus um an diesem modus dran teilnehmen zu können müsst ihr rank 150 erreicht haben mindestens rank 150 alles klar zudem könnt ihr bis zu 100 eure karaktere mitnehmen für diesen modus jedoch müssen sie mindestens die rarität ur haben oder höher stamina verschwenden wir für diese für diesen modus nicht also wir verbrauchen kein stamina an der stelle aber wir dürfen auch keine items benutzen alles klar wir kämpfen dann in dem modus eben gegen verschiedene gegner das gucken wir uns gleich an wie joint man das werden wir uns auch gleich ansehen wo wir das ganze wo wir den ganzen modus finden wie man drei teilen etc vielleicht zu dem zeitraum vom battlefield das battlefield ist immer periodenweise online was meine ich damit hier ist zum beispiel hier steht dran der first world so kann ultimate clash also das erste battlefield heißt das ist season 1 das geht vier wochen ein monat nach einem monat kommt dann quasi season 2 und so und so fort vielleicht nicht direkt nach dem monat aber ihr wisst was ich meine damit also ist so saisonweise sage ich mal ok machen wir weiter im kontext ja wir schauen uns gleich an wie wir daran teilnehmen eben die kämpfe wie sind die kämpfe es ist mehr oder weniger so ein raidkampf wir nehmen ja quasi in arsenal unsere kratiere und kämpfen nacheinander gegen gewisse gegner zum beispiel könnt ihr können wir am anfang wehen das werden wir gleich sehen kämpfe entweder gegen bojack oder gegen c13 wenn wir beide besiegt haben dann kommt quasi der boss dieses levels das ist in dem fall brulee eine sache zu den gegnern wenn wir zum beispiel jetzt oder an sich zum battle das werden wir gleich merken alles ich werde das gleich alles machen aber kurz aus vorweg wenn wir jetzt zum beispiel charaktiere mitnehmen ein team mitnehmen gegen nehmen wir mal ein spiel gegen brulee ok dann nehmen wir sieben charaktiere mit dann verlieren wir aber gegen brulee heißt wir haben quasi natürlich den kampf hier verloren aber wir dürfen zum einen diese charaktiere die wir für brulee benutzt haben nicht wieder benutzen für diesen run und brulee aber bleibt jedoch in dem status in dem wir ihn quasi beziehungsweise bei dem wir quasi gegen ihn verloren haben das heißt wiederum wenn brulee zum beispiel die hälfte seiner hp hatte wir verlieren diesen kampf gehen dann mit neuen charaktieren mit einem nächsten team zum kampf zu brulee dann hat er auch wieder den selben status also wieder die hälfte der hp beispielsweise ok dann freunde wie funktioniert das aber mit den teams wir können nämlich im battlefield keine friends aussuchen wir setzen unseren eigenen friends hier nennt man es sub leader also einen zeitlieder wie funktioniert das ganze nun zum einen wählen wir eben sieben charaktere statt üblicherweise sechs denn wir haben hier ein sub leader zusätzlich dazu und zum anderen aktiviert sich die besten die das gilt auch das heißt zum beispiel in diesem beispiel hier hat man hier super central angel goku als eigenen leader bekommen bzw gewählt ok als sub leader haben wir den free to play angel goku gewählt dies wiederum heißt das ganze team bekommt diese beiden leaders geht sowohl vom leader als auch vom sub leader ok es werden verschiedene gegner sein gegen die wir kämpfen werden dass wir uns gleich die täte ansehen verschiedene gegner haben gewisse sachen gegen diese immun sind zum beispiel bei ginyu den kann man nicht ziehen etc etc das sehen wir aber gleich auf den stages battlefield memory hier an der stelle ist eine neue währung im barbershop primär primär wollen wir eigentlich aus dem battlefield eben diese battlefield memory damit wir uns verschiedene sachen dadurch kaufen können aus dem barbershop andere preise gibt es auch die gucken uns aber gleich an was können wir denn mit dem battlefield memories holen zum einen kam der physisch aller ginyu rein den gucken wir uns gleich detaillierter an zum anderen kamen aber auch dupes für den tag ginyu rein alles klar dann gucken wir erst mal bevor wir in das battlefield reingehen uns die sachen an die aus dem barbershop holen können für diese battlefield memory das ist bei der way die neue währung wie gesagt ok freunde solange das ganze lebt wenn euch das ganze bisher schon gefallen hat dann lasst auf jeden fall like da freunde und ich hoffe ich konnte euch helfen wenn den so ist falls noch fragen hat irgendwas lasse in den kommentaren wissen dann helfen uns da auf jeden fall gegenseitig aus alles klar hier die sektion mit dem battlefield memory währungen ihr seht schon wir können hier zum einen physisch ginyu holen dieser physisch ginyu den können wir awaken zum lr physisch ginyu diese lr physisch ginyu ist eine der älteren lr und er ist mehr oder weniger nice to have also man müsste nicht unbedingt tun er gibt durch die passive im endeffekt was nennt wert ist für jeden verbündeten für jeden verbündeten key plus 3 auf den angriff 7777 ok und 7777 battlefield memories brauchen wir eben auch um ihn zu holen eine kopie ihr könnt maximal fünf holen könnten dann quasi full dupen auf der anderen seite können wir noch drei dupes holen von unser boy tech lr ginyu der kostet auf jeden fall schon weitaus mehr das sind an der stelle 120.000 battlefield memories könnt euch drei stück holen einer würde noch fehlen den einen werden wir in zukunft bekommen aus der lr freezer campaign ist jedoch noch ungewiss ungewiss wann das ganze online kommt außerhalb davon können wir uns wie gesagt ultimate clash medaillen holen entweder hier durch die battlefield memory oder noch falls ihr wisst aus den incredible gems mit den incredible gems falls ihr die nicht geholt habt würde ich erst als euch erstmal empfehlen holt euch die bevor die aus dem battlefield memory section holt wofür braucht man die um gewisse charaktere zu erwackeln zum beispiel diesen allergenium hier fürs erste erwackeln braucht ihr sieben ultimate clash medaillen für den lr schadmus dann braucht ihr 70 aber auch für lr selder zum beispiel raus kam oder für lr gohan zum beispiel ok dann könnt ihr noch hier gerne reingucken was was ihr euch aus den battlefield memories währungen holen könnt ich würde euch aber empfehlen eigentlich spart diese battlefield memories für die zukünftigen charaktere die hier reinkommen denn zum anderen kommt hier noch lr metal cooler rein der ist echt solide und 1 2 beziehungsweise 1 super seien goku strength und ein margen vegeta physisch man müsste nicht unbedingt jetzt physisch ginyu holen oder tag ginyu dupes die sind mehr oder weniger nice to have falls ihr sie holen wollt macht das natürlich aber damit ihr da bescheid wisst ok zum battlefield selbst nun zu der ganzen spielweise zum gameplay auf was man achten muss etc das battlefield findet ihr hier bei special wie gesagt ab dem heutigen zeitpunkt ab dem ich das aufnehmen geht es noch 30 tage an sich geht es vier wochen ok ihr klickt auf dran teilnehmen dann kommt ihr hier zu diesem menü zum einen ganz klar start button ist in der mitte da könnt ihr das ganze starten bevor wir aber das starten und eine runde dabei machen gucken wir uns mal die missionen an permanente mission sind quasi solche nimmt einmal dran teil ist ein dragon stone weekly wöchentlich das tut sich wie gesagt wöchentlich resetten könnt ihr euch 1500 battlefield memories farmen in dieser ganze periode in das ganze online ist nämlich im monat tut es quasi vier mal resetten und ihr könnt euch das holen das würde ich euch auf jeden fall empfehlen dazu müsst ihr drei stages schaffen das können die meisten schaffen schafft eine stage zwei stage etc etc ihr kennt das ganze steht auch dran was ihr da alles bekommt statuen gewisses zu uns passt zu uns orbs und so und so fort und wenn wir das dann quasi komplett schaffen bekommen wir das alles was hier gelistet ist gut so viel zu den missionen wie funktioniert aber das ganze betten fehlt wir wissen ja jedes season gibt es andere gegner bei stage info könnt ihr euch anschauen gegen welche gegner ihr kämpfen müsst insgesamt sind es acht stages die wir schaffen müssen dabei wird das ganze aber auf drei level unterschieden nämlich level eins level zwei und level drei wir fangen ganz klar mit level eins an wir kämpfen erst mal gegen extrem physisch captain ginyu wenn wir ihn besiegt haben da sehen wir noch nicht die details dazu weil wir noch nie da drin waren falls ihr dort einmal drin warnt seht ihr die details aber dann kommt quasi der boss extrem argel type dann kommen wir zu level zwei wenn wir es schaffen extrem in type extrem tech type da kommt wieder ein boss extrem strength type dann kommen wir zu level 3 haben extrem tech type super physisch und der letzte boss ist ein super argel type ihr seht schon wir kämpfen hier wirklich nur gegen ein gegner gegen einen typus deswegen freunde welche taktik geht man hier heran wir dürfen ja nämlich das mache ich gleich bis zu 100 charaktiere aus unserer liste wählen das mache ich gleich aber welche taktik gehen wir hier an da wir quasi da wir quasi immer nur gegen ein typus kämpfen werden wäre es am idealsten wenn man die charaktiere so wählt so dass man im endeffekt viele mono teams bauen kann im endeffekt ein team nur aus schenk charaktieren ein team aus argel charaktieren und so und so fort deswegen wäre hier vorteilhaft wenn man die neogard leader hätte am idealsten freunde wäre es wenn ihr euch quasi mit der auswahl eure karaktiere alle neogard teams bauen können also ein super strength team extrem strength team ein super agel team extrem agel team und so und so fort für die anderen typen das kann natürlich nicht jeder das wäre aber wie gesagt nur idealerweise man kann aber auch natürlich kategorie teams wählen zum beispiel wenn ihr lr vegeto als euren leader nimmt und als sub leader kevlar denn kevlar und lr vegeto sind charaktiere die der portal kategorie ein boost geben dann könnt ihr euch ein portal team bauen das geht natürlich auch und das geht für jede variante von teamfreunde ganz wichtig ist einfach nur dass ihr eure charaktiere so wird so dass sie gute teams bauen können mit in anbedach dessen dass sie berücksichtigt dass sie leader und sub leader wählen müsst deswegen in dem beispiel zum beispiel lr vegeto als leader und sub leader kevlar das gibt wie gesagt für jede kategorie da ist ein zwei charaktiere die die leaderskills haben dazu auch das geht aber auch natürlich für heroes und willens team und an der stelle freunde schaut euch eure charaktiere wirklich genau an weil viele charaktiere haben leaderskills von denen ihr wahrscheinlich nicht denkt dass sie diese leaderskills haben und oder gute leaderskills haben beispielsweise wenn wir einfach mal reingucken zum beispiel kalifla sie gibt jedem typus kippus zwei hp attack und f70 prozent ist ein guter sub leader oder andere andere stelle zum beispiel wenn ich spontanerweise einfach mal ein zwei euch zeigen darf beispielsweise der physisch free-to-play ultra 10 goku der ist nämlich auch ein riem of gods leader wo ist denn der dude hier wo haben wir hier haben wir ihn da gibt es euch riem of gods charakteren und sorry nicht riem of gods charakteren er gibt den universe survival saga charakteren kippus zwei hp attack und f30 prozent heißt ihr könnt zum beispiel als eure leader nehmen und als sub leader euren ultra 10 goku achtet deswegen schaut euch eure charaktere genau an zum beispiel zum beispiel kale gibt physisch charakteren kippus zwei hp attack und f90 prozent ein sehr guter sub leader schaut euch genau eure charaktere an um zu wissen welche sub leader ihr mitnehmen könnt welche teams ihr bauen könnt aber wie gesagt freunde da wir immer nur gegen einen typen kämpfen wäre es ideal wenn ihr mono teams baut weil mit den k3 teams sind dann charaktere drin die nicht immer typen vorteile haben weil die gegner sind auch schwierig ihr dürft sie nicht unterschätzen das werden wir aber gleich sehen okay soviel dazu eine weitere wichtige sache bevor ich meine charaktere wähle ist ihr dürft auch charaktere mitnehmen derselben kopie wenn ihr charaktere doppelt habt könnt ihr sie mitnehmen das ist egal oder charaktere den selben namen könnt ihr mitnehmen ihr könnt alles mitnehmen freunde ihr könnt zum beispiel ich habe hier einen kalten goku blue ich kann aber auch goku blue mitnehmen mitnehmen ok unterschied benutzen man kann aber auch tatsächlich beide in einem team benutzen normalerweise kann man das nicht weil sie haben den selben namen super seien gott super seien goku super seien gott super seien goku im battlefield könnt ihr aber beide in ein team nehmen was man aber nicht kann ist charaktere mitnehmen die ein und dieselbe kopie sind was meine ich damit wenn ich das ganz kurz filtern darf boom wir uns das ganze mal ansehen ich habe hier super 17 den kann ich mitnehmen also mit mitnehmen meine ich jetzt benutzen im team benutzen im kampf gehen den kann ich in kampf nehmen zb ich den als leader nehme aber ich könnte auch jetzt zum beispiel einen weiteren super 17 beziehungsweise nehmen wir ein anderes beispiel machen wir am extrem physisch ich hätte jetzt cooler als mein leader als sub leader seht ihr schon kann ich cooler nehmen aber worauf hinaus sollte ist das funktioniert weil es ist nicht die ein und dieselbe kopie damit meine ich das artwork unterscheidet sich von den charakteren deswegen kann man beide mitnehmen ich würde zum beispiel diesen cool als leader nehmen und diesen cool als sub leader was aber nicht geht ist wenn dieser cooler wenn dieser cooler auch auf der tor version wäre also diese cooler wenn ich zweimal diesen cooler hätte die kann ich nicht in den kampf nehmen also ich kann nicht beide als einen als leader wählen den anderen als sub leader es muss sich von der kopie unterscheiden man kann es aber beide mitnehmen ihr könnt dann im endeffekt ein cooler mit der also terror cooler in ein anderes team packen und dann quasi eine andere stage den anderen in ein anderes team packen aber ihr könnt nicht beide in ein team packen weil es ein und dieselbe kopie ist war vielleicht ein bisschen zu oft wiederholung aber ich hoffe und denke dass es angekommen alles klar freunde dann lassen wir ganz kurz bei der wahl meine charaktere wie gehe ich vor tipp wählt quasi eure teams die ihr bauen könnt in anbetracht dessen mit sub und leader also mit leader und sub leader ich mache das beispielsweise mal so ich gucke erst mal meine super class charaktere an dann wähle ich hier an super agel team sag ich mal wie geht der erste leader und sub leader ganz klar nehmen wir goku er gibt jeden kilo kippus sein kippus 3 sorry auf jeden attribut 120 prozent dann nehme ich einfach mal meine anderen guten sag ich mal agel charaktere ein sieben stück ich sag einfach mal so sieben stück das jetzt zum beispiel ein team was benutzen könnte wir können natürlich mehrere wählen aber bevor ich das mache weil das team würde zb funktionieren gehe ich mal weiter ok dann nehme ich extrem class ich stimme super 17 haben wir schon bei super agel hatten wir dann quasi keine sieben nehmen wir einfach mal tapio ganz random rein dann gehe ich zu extrem class nehmen super 17 als mein leader als sub leader hätte ich jetzt zum beispiel zwar eine kopie von super 17 die müsste aber nicht unbedingt nehmen weil ich habe auch margen vegeta er gibt agel charakter in jedem agel charakter kippus 3 hp attack und live 90 prozent also nehme ich eben rein und bau hier mal ganz spontan extrem agel team wie gesagt das kann ich verfeinern aber einfach nur zuschauen ok sieben charaktere damit genommen ich weiß nicht ob es ganz genau sie waren oder nicht sei es drum ihr wisst ihr wisst ja ob ich worauf ich hinaus will dann extrem tech charaktere zum beispiel nämlich als leader ganz klar mein neogard leader broly und als sub leader freezer hättet ihr freezer nicht könnt ihr goku nehmen zum beispiel hättet ihr goku nicht könnt ihr messen nehmen deswegen achtet auf die leaderskills eurer charaktere alles klar aber freezer hat hier am besten boost dann nehme ich einfach mal quasi so meine extremst charaktere und diesen rhythmus verfolge ich so lang weiter bis ich quasi die 100 charaktere habe ich gucke erst mal für jeden typus das und das team kann ich bauen wie gesagt wenn die typen nicht bauen könnt dann baut euch kathorie teams idealerweise wären dennoch typen weil wir dann immer vorüber typen vorteile haben aber zum beispiel wenn ihr kathorie bauen könnt dann macht das auch in dem lr vegeto als leader und dann nehmt ihr natürlich keffler als sub leader beachtet aber ich habe mir zum beispiel fusion samasu und elego black für mein tagteam genommen nicht dass sich charaktere überschneiden wählt erstmal eure teams die sieben charaktere und dann im endeffekt werden er noch platz übrig sein sage ich mal und so könnt ihr dann eure restlichen charaktere füllen eure besten charaktere alles klar ich habe jetzt zum beispiel meine charaktere gewählt die ich hier mitnehme für die stage und dann gehen wir einfach mal rüber zu extrem physisch stage ok hier steht dann dran quasi wir machen eine stage den rest werden wir im stream machen wie gesagt und zwar steht hier dran ok der hat damage reduction reduces received damage und man kann ihn quasi nicht zielen wir kämpfen jetzt hier gegen extrem physisch genu also nehmen wir am besten unser super strength team das die charaktere die ich mir ausgesucht habe gegen genu nun mein leader wird hier sein goku an der stelle mein sub leader nehme ich hier zum beispiel könnte ich nehmen lr virus super strength charaktere gibt er ki plus 4 hp attack 100% ich könnte den wählen gibt super class ki plus 3 70% ich könnte den nehmen gibt jeden ki plus 3 100% ich könnte auch den nehmen gibt super class ki plus 3 attack 140% also achtet immer auf eure sub leader ich nehme jetzt einfach mal hier lr virus mit rein wir nehmen vegeta mit rein wir nehmen also wie gesagt lr virus ist jetzt unser sub leader der leader skill von Goku und lr virus werden sich aktivieren dann nehmen wir einfach mal unsere charaktere hier rein und wir machen einfach mal das event würde ich sagen let's go gehen wir einfach so rein das sollte auf jeden fall funktionieren das ist jetzt wie gesagt nur zur schau da war zwar ein auto button das filtert dann wahrscheinlich oder tut euch eure charaktere automatisch generieren eure besten charaktere nimmt es rein ich habe es nie getestet aber wenn ihr euch da ein bisschen zeit nimmt wählt eure teams selbst oder baut eure teams quasi nach dem prinzip was ich gesagt habe nach dem schema f sage ich mal selbst alles klar da sind wir auch schon hier in dem event wir machen das ganze so wir sehen wir kämpfen gegen genu wir haben unser super strength team wir haben typenvorteil wir können keine items benutzen und nachdem ich jetzt diese charaktiere benutzt habe nachdem ich bin genu entweder besiegt habe oder wir besiegt worden sind kann ich diese charaktiere für die restlichen level nicht mehr nutzen das ist ganz wichtig das dürfte nicht vergessen und ja so laufen dann die stages die gegner werden immer schwerer und schwerer im endeffekt ist unser ziel quasi das ganze battlefield zu schaffen falls man battlefield nicht schafft oder falls man nicht mehr weiterkommt ihr könnt auch retiren also aufgeben da verliert ihr nichts da könnt ihr einfach wieder reingehen charaktiere wählen und das ganze neu starten es ist wirklich easy wir bekommen gewisse sachen et cetera fürs erste mal die missionen und so eine sofort und für jede stage die wir schaffen bekommen wir auch einmalig diese battlefield memory und nun kommen wir jetzt zum nächsten gegner das wäre jetzt unser boss hier wir haben extrem agl gegen great 8 vegeta was wir dann hier machen ist logischerweise wir gucken okay das und das hat er aber in sachen teamwahl nehmen wir natürlich unser super tech team gehen hier rüber zu den super tech charakteren bei uns mal ein super tech team ganz einfach so boom 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 klatschen die charaktere da rein wir haben nur wegen sex vorschau und so funktioniert dann quasi das ganze prinzip freunde wie gesagt freunde achtet wirklich darauf dass ihr eure leader sub leader richtig wählt der eine ist dann quasi eure leader der andere sub leader beide links gibt es aktivieren sich in sachen welche charaktere ihr nehmen wollt seid ihr hoffentlich auch geleckt wie das ganze funktioniert hoffentlich auch langer reda kurz sind ich denke und hoffe ich konnte alle wichtigen informationen preisgeben achtet wie gesagt auf die das geht eure charaktere und achtet auch darauf dass ihr in das team charaktere mitnehmen können die zum beispiel den selben namen haben zum beispiel hier wenn ich die mal entfernen darf ja normalerweise kann man goku blue und kaioko blu nicht in ein team nehmen weil sie den selben namen haben hier könnt ihr das zahlen aber ihr könnt nicht in das team nehmen die charaktere die die selbe kopie sind also hätte ich jetzt zum beispiel noch ein kaioko blu auf der teo version könnte ich ihn nicht mit reinnehmen genau freunde soviel dazu wie gesagt ihr könnt ihr sie dann wenn ihr das nicht mehr schafft oder denkt okay ich schaffe das nicht mehr retiren könnte aufgeben ihr verliert dann nichts ihr habt alles dass das was ihr bekommen habt bekommt ihr so oder so ihr könnt dann quasi noch mal rein noch mal eure teams sehen und dann sofort das ganze noch mal starten lange räder kurze sind am ende ich hoffe wie gesagt das ganze kam gut an wenn ja gibt den ganzen like und wir sind das nächste mal peace